Nehmen wir an, ich wollte öffentlich beweisen, dass in einem Buch, das ich selbst schreibe, immer die Wahrheit drin steht. Ich könnte Experten bezahlen, welche bestätigen, ja, in diesem Buch steht immer die Wahrheit. Oder ich schreibe Vorhersagen hinein, die immer eintreffen. Etwa, nach dem Tag kommt die Nacht und nach der Nacht kommt der Tag. Wer die Augen schließt, der sieht nichts mehr und wer nicht trinkt, der wird durstig. Meine Güte, ein wahrhaft prophetisches Buch, das die Welt und den Menschen in ganzer Tiefe versteht. Der ultimative Beleg für die Kraft und Wahrhaftigkeit eines Buches aber liegt vor, wenn das Buch sich selbst bestätigt. Etwa so. Was in diesem Buch steht, das ist die Wahrheit. Wer diesem Buch widerspricht, der lügt. Und er sagt nicht die Wahrheit, denn er sagt etwas anderes, als in diesem Buch steht. Denn in diesem Buch und nur in diesem Buch steht die Wahrheit. Ist solche Argumentation zirkulär, quasi antilogisch, unwissenschaftlich, veraltet und damit unseriös? Vorsicht an der Bahnsteigkante, die Schubser gehen herum. Auf ähnlicher Denkweise sollen angeblich schon ganze Religionen gegründet worden sein. Also vergiss nicht, zu viel Logik macht intolerant. Wo wir aber gerade von Religionen reden. Ein verdächtig ähnliches Argument haben wir in den letzten Jahren öfter gehört. Und zwar, wenn es um eine gewisse Krankheit ging und um die präventive Medizin gegen die Ansteckung mit dieser Krankheit oder gegen die Übertragung dieser Krankheit oder nur gegen die Hospitalisierung mit dieser Krankheit oder gegen einen schweren Verlauf. Ach, ich weiß es nicht mehr, was ich sagen wollte. Und merkwürdigerweise wissen sie doch, was ich meine. Es wurde zensiert. So viel zensiert. Von Regierungen, von Social Media Plattformen, intern wohl von Fernsehanstalten und Redaktionen. Und bald zensierten die Bürger einander. Du vermutest, die Krankheit könnte einem Labor entsprungen sein? Zensiert! Gentherapie könnte Nebenwirkungen haben, gar Menschen töten? Doppelt zensiert, teils bis heute. Es wurden nicht nur Hinz und Kunz zensiert, wenn sie freche Fragen wagten. Auch Dr. Hinz und Dr. Kunz wurden zensiert, wenn sie der offiziellen Wahrheit eine wahrere Wahrheit entgegenzusetzen wagten. Und auch Prof. Dr. Hinz und Kunz wurde zensiert, sogar Nobelpreisträger Hinz und Kunz. Jetzt aber stellt sich bald täglich heraus, die offizielle Wahrheit war zwar offiziell, aber nicht immer die Wahrheit. Doch die Zensur wird auch im Nachhinein weiter gerechtfertigt. Das war damals der Stand der Wissenschaft, so sagen die Zensurfreunde. Welche Wissenschaft? Da verwechselt jemand Wissenschaft mit Ideologie. Wissenschaft ist eine Debatte. These, Theorie, Falsifikation, Karl Popper, wer weiß, der weiß und wer nicht weiß, will auch nicht wissen. Die Pseudologik der Zensurfreunde lautet etwa so. Es war gerechtfertigt, alternative Thesen zu zensieren. Denn alternative Thesen widersprachen den offiziellen Thesen. Und die offiziellen Thesen besagten doch, dass sie und nur sie die Wahrheit sind und dass alles andere gelogen ist. Und also war es richtig, alles andere zu zensieren. Wenn etwas quakt wie eine Ente und watschelt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Und wenn etwas wie eine Religion quakt und watschelt, dann ist es womöglich eine. Es war eine plötzliche Religion samt eigenen Propheten, samt Profiteuren, samt Ideologie und natürlich der Verfolgung von Ketzern. Die Nadel in den Oberarm drängt, die Seele in den Himmel springt. Bei manchem womöglich buchstäblich und nicht im Scherz, so sie denn an ewiges Leben glauben. Wir lernen, die Aufklärung ist längst nicht das neue Normal. Erschreckend viele Menschen verstehen nicht, was die wissenschaftliche Methode ist. Und jene Leute, die zum bedingungslosen Gehorsam gegenüber angeblicher Wissenschaft rufen, verstehen wissenschaftliches Denken am wenigsten. Es war eine neue Religion mit der Injektion als Taufe und dem Booster als monatlicher Eucharistie. Und dann war es plötzlich vorbei. Eine Phase, so wie manche von uns eine religiöse Phase hat, von buddhistischen Phasen bleiben wenigstens hübsche Meditationsketten, von anderen Phasen bleiben womöglich lustige Sachen im Blut. Ich bin gespannt auf die nächste Religion, auf die nächste Moralpanik. Und bis dahin halte ich mich an mein selbstgeschriebenes Buch, denn in diesem Buch steht, dass immer die Wahrheit drin steht in diesem Buch. Also steht immer die Wahrheit in diesem Buch. In diesem Sinne, prüfe alles, glaube wenig, denke selbst. Und ansonsten? Mannen, Mannen, Mannen!